Noch mal Applaus für Dennis Steinbrenner, denn es ist 2009 geboren, mit einem Kampfgewicht von 51 Kilometern und kämpft für den PC Emmelshausen. Sein Gegner in der blauen Linkecke, lassen Sie uns begrüßen, Bekjan Peleschi. So, unsere Reihe Runden, ebenfalls wieder mit Kopfschutz. So, wir gehen in der ersten Runde. 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 So, wir gehen. Es ist ein Schuss, Schuss! Es ist ein Schuss! ... und es ist ein Schuss! Ja, komm! Lägg! 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 Ja, ja! Lägg! Stop! Stop! Lägg! Stop! 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 Wound! Okay... amm. Ammi, amm, amm... Stop! 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 Stop Ja! Grand�� Wuntale always! Stop! Stop! Stopp! Stopp! Bonds! Stopp! 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 Komm, komm, komm. Schön, Welcher. Komm, komm, komm. Komm, steig, du. Hände hoch. Gehe, gehe, gehe. Ja, stopp, Mann. Stopp. Jawohl. Stopp. Einfach. Jawohl. Einsehne. Einsehne. Auf geht's! Stop 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 북 Sieger des Kampfes kommt aus der roten Ringecke, Dennis Steinbrenner. Applaus für beide Kampfer. Und dann die Krüger des Kampfes mit der Berge mit den Rücken. Jetzt wird die Rücken hoch. Die Rücken hoch. Die Rücken hoch. Die Rücken hoch. Der Rücken hoch. Der Rücken hoch. Bis zum nächsten Mal.